Wie unaufällig! 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 Reiseführer! Mal sehen, wohin jetzt in die Reisung geht! Bis gleich! Wie unaufällig! Wie unaufällig! Wie unaufällig! Wie unaufällig! Wir haben den Autos verloren! Renipacken? Ja! Man lassen nicht einfach die Reise! Willkommen für die Reise! Aber auch die Reise! Hier haben wir die Reise! Du hast ja keine Verkrankung, aber du hast auch die Oberhinschale. Das habe ich immer gehasst, wenn jemand was gegeben hat, wenn er es dann weggeschmissen immer einschicken, heute Abend schön im Hotelzimmer, wenn die Frau müde ist, ne? Leide Puppen, ne? Guck mal! Ja, das haben die dann mir irgendwie gemacht, ja. Sebastian, du wirst auf jeden Fall schon sehr zeitnah auf dem Sweet Kitchen Social Media hier kann man wahrscheinlich abgebildet sein. Ich wusste doch, dass wir da mit so einer Technikportion Ruhm verhelfen hier. Da kann Alex wieder hier für uns verteilen. Vanessa, kannst du nochmal nach vorne kommen, oder? Willst du hier join the scene here? Alright. Dann haben wir die Küchen-Crew durch. JJ, abonnier den Kanal! Drei Mal bitte! Noch alle zu Sommelfucht. Aber ich finde, er hat seinen Grüße, ein trockener, ein bisschen Kelle. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch so viel Wasser macht. Und so viel Wasser enthält es hier irgendwie. Wie war der Muffin? Sonst auch ein bisschen trocken. Werde ich jetzt gefilmt? Wo habe ich noch Schokolade? Nein, überhaupt nicht. Alles gut. Er war aber nicht sehr süß, ne? Nein, er war überhaupt nicht süß. Und das hat ein bisschen gefühlt. Jetzt geht noch mal an, weil da gibt es hier an Rundlichkeit. Und die Rundlichkeit. Ja, das können wir mal sehr, sehr trocken. Leider. Danke schön. Ich bin gespannt. Auch da der Teig. Ich schneide dich eh raus. Wer so guckt, wird rausgeschnitten. Was? Wer so guckt, wird rausgeschnitten. Gibt es denn die beiden aufwärtsen? Als, wo die Exel! Ja, ich weiß nicht. Und jetzt. Die letzte Wechsel in diese Runde. Die letzte Wechsel! Das ist jetzt auch der Wechsel. Vielen Dank.